Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Samy Klaus, ich habe etwas zu erzählen. Ja, also. Samy Klaus, du guten Mann, hörst, was ich gerade erfahren habe. H&M zahlt mehr innen für zu wenig Lohn. Das liegt nicht drin. Ohnmächtig werden sie sogar. Ihr Essen ist so rar. So können sie von ihrem Lohn nicht leben. Das ist doch wirklich Wächterneben. Das wünsche ich mir von H&M und auch von dir. Ohnmächtig, ohnmächtig, dürfen sie dir Lohnen. Die Nähren sind noch. Sie haben nicht genügend Brot. Ohnmächtig, ohnmächtig, du könntest mir gefallen. Gerechte Löhne wünsche ich mir. Dann kaufe ich gerne einen bei dir. Ohnmächtig, ohnmächtig, du könntest mir gefallen. Ohnmächtig, ohnmächtig, wie tief sind deine Löhne. Die Nähren sind in Not, sie haben nicht genügend Brot. Ohnmächtig, 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 wie tief sind deine Löhne. Gerechte Löhne wünsche ich mir. Dann kaufe ich gerne einen bei dir. Ohnmächtig, ohnmächtig, sondern, du könntest mir gefallen. Wunderbar. Samy, du guter Mann. Los, was ich dir gefahren kann. Wir haben dann, zahlt mehr innen, viel zu den Lohn, das liegt nicht innen. Ohnmächtig werden sie sogar. Ihr Essen ist so rar. So können sie von ihrem Lohn nicht leben, das ist doch wirklich recht daneben. Gerechte Löhne, das wünsche ich mir. Von H und M und O dir. Samy, hörst du bitte mal. Los, was ich gerade erfahren habe. H und M, zahlt mehr innen, viel zu wenig Lohn, das liegt nicht innen. Ohnmächtig werden sie sogar. Ihr Essen ist so rar. So können sie von ihrem Lohn nicht leben, das ist doch wirklich recht daneben. Gerechte Löhne, das wünsche ich mir. Von H und M und auch von dir. Ja, das Gute geben wir mir. Danke vielmals. Mein Bestand, Klaus. Jetzt ist Schluss mit Ausreden. 70 Franken im Monatslohr reichen nicht für eine Läbe im Würde. Ich wünsche mir zu Weihnachten von K&M und Zara existenzsichernde Löhne für die Nährinnen in Kambodscha. Danke vielmals. Sieg über mein Bestand, gell? Kommt ihr zu Hause, gehst du Mittag essen? Ja.